Erstmals berichten wir am Freitag 28. und Samstag 29. Jänner jeweils ab 17 Uhr live vom 8. Austria Skitouren Festival aus Osttirol. Wir zeigen die schönsten Impressionen der Tagestour, liefern spannende Diskussionen mit Experten, Teilnehmern und weiteren Studiogästen. Das 8. Skitouren Festival aus Osttirol. Am 28. und 29. Jänner erstmals live im Fernsehen bei K19 sowie online auf osttirol.com und weiteren Plattformen. Am besten live!